Hallo zusammen, hier ist die SSD von Enjoyot und man kann die recht gut mitnehmen aus dem einfachen Grund, weil diese SSD erstens sehr klein ist, man sieht es hier schön dünn, typisches M2 Format würde ich sagen, hat hier auch den USB-C Stecker und das Schöne ist, man kann hier eben so eine Gummihülle rummachen, wenn man das macht, wird die nicht viel größer, ist aber deutlich besser geschützt an allen Ecken und Enden hier, einfach nochmal sauber. abgeriegelt, als wenn es irgendwie ein bisschen einen Stoß kriegen würde, nicht gleich kaputt gehen würde. Mit dabei ist ebenfalls hier diese Tasche, sodass man die SSD hier einfach reinlegen kann und dann in der eigenen Tasche noch ein bisschen besser geschützt ist und es wird ein USB-C zu USB-A oder USB-C Kabel mitgeliefert und diese SSD hat bei mir, wenn man sie am Computer an einem USB-C 3.2 Port anschließt, ziemlich gute Leistung gebracht von ca. 1000 MB pro Sekunde, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen.